Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Multiverdus zusammen let's go, Roddy! Hallo! Ich seh ja, es gibt wahrscheinlich doch irgendwo 1v1. Also gibt's doch 1v1? Let's go! Da steht auf jeden Fall bei mir bei den Anfänger Aufgaben Akzeptiere ein Rematch in Teams oder 1v1. Heißt, es muss 1v1 geben. Also wir spielen jetzt einfach gegen den Team... Oh Gott! Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gefickt werden. Ja, los geht's. Du hast bei mir LamaWolfDier270. Hä, jetzt hab ich geändert! Niemand weiß, wer wir sind. Okay, Match beginnt. Glaubst du, wir verkacken? Nee, wir haben Nickelodeon All-Star Bros durchgespielt. Wir sind so scheiße in dem Game. Nee, das schaffen wir schon. Glaubst du, die Server laufen ähnlich scheiße über Nickelodeon All-Star Bros? Nee, ich glaub, die laufen um einiges besser. Dann haben wir ein Problem. Das 4 aus dem Ring hat. Das 4 aus dem Ring hat. Es geht jetzt los! Au, es gibt keinen dunklen Sprung! Au, au! Die pumpsen mich! Ich hab noch keinses Mal damage gemacht! Was machst du denn?! Was machst du denn?! Ja, geht's doch, geht's! Oh! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Wir haben Global Power aus! Digga Bugs, Bunny ist richtig krank! Aber Shaggy kriegen wir! Ja, den machen wir raus! Komm! Kann ich dich healen? Oder was ist diese Verbindung mit uns? Nein! Nein! Shaggy! Ich bin tot! Ich bin versorgt! Jawoll! Komm! Komm, Shaggy! Pass auf! Max Bunny ist krank! Der Psychopath! Ich wusste schon immer! Der hat mein Finger in die Pistole gesteckt! Komm! Geh doch drauf! Digga, aber es geht mit dem! Der hat 150! Ja, Shaggy haben wir gleich nochmal! Nein! Nein! Ich bin tot! Aber wir haben beim Bugs Bunny! Okay! Und der ist auch Shaggy! Komm! Der kann die Löcher von... Ich weiß jetzt noch gar nicht was wir machen! Der muss raus! Shaggy muss raus! Pass auf! Die Pistole! Deine Rakete! Ich mach! Der hat 170! Nein! Jawoll! Nee! Was? Ich kann ja immer noch leben! Jawoll! Jetzt hat man! Jetzt macht's Bunny! Das ist die erste Runde an Shaggy! Das Game ist voll geil! Das ist echt voll geil! Habt ihr das nicht cool in meinem Sale? Ich glaub schon! Wie schau' ich aus! Aber Jo! Aber ich hab zweimal abgeslackt! Äh, ne! Kein Rückspiel, weil mir gefällt der Charakter nicht! Äh... Was hab' ich jetzt akzeptiert? Ich hab' nein! Ich drück' gar nichts! Okay, gehen wir mal weiter! Boah, Alter! Wie viel Gold wir verdient haben, ne! 223 Euro! Jawoll! Warte, wie viel hast du verdient? Lass es regnen in uns! Äh... Boah, freigestattete Bonus! Kämpfe wie eine Wildkatze! Roar! Roar! Okay, nochmal 200 Euro für das erste Match! Spiele 5! Junge, wenn wir das ein bisschen spielen, können wir richtig viele Characters freischalten, ne! Ist so cool! Zurück toasten, ne! Boah! Mach... Ah! Weil das Spiel halt immer kostenlos, ne! Ja, echt so! Es sind nämlich vier Characters, dann brauchen wir ein bisschen! Ich versuch' mal mit... Oh wait, du kannst die ganzen, äh... Äh... Daily Belohnung nur noch holen, aber ich kann es richtig viel Geld! Wo sind Daily Belohnung? Anfänger Mission! Achso, die Mission? Ja! Ja, die, die hab ich schon geholt! Ah, okay! Was bist du denn? Ah, okay! One more one gibt's, gibt's bei uns noch nicht! Entweder es gibt's noch gar nicht oder nicht in der Open Beta! Dann machen wir halt weiterhin Teams! Ja! Boah! Kostet die alle gleich viel? Ich glaub' die kosten alle... Nee, Shaggy, Shaggy kostet 1,5! Shaggy ist der Billigste! Ne! Tats ist auch 1,5! Oh no, stimmt! Okay, dann versuchen... Süße mal mit Superbeam! Wollen wir versuchen, jeder die Charakter frei zu schalten heute? Ja! Ne Brom kostet nur 2.000, let's go! Ich bin mit dem Hund jetzt einfach auf 2,5 Level gestiegen! Same! Aber ich hab' gern den Schlafanzug! Ey, weißt du was, ich mal wieder den Hund zu kommen! Echt jetzt? Was ist das für ein Skin? Ja, cool! Ja, aber den kann ich nicht sehen, ne? Weil wir den nicht frei haben! Du spielst ja auch wieder mit Finn, also... Ja, aber... Wohin? Ich tress mal alle durch! Ich mein, ich fand Finn cool, also von dem her! Ich hab' kein Problem, mit Finn zu spielen! Genau, das ist nicht schlecht! Du bist ja ein neues Profilbild über deine Karriere-Seite aus, warte! Ich hab' noch meine Karriere-Seite? Ja, oben dein Profilbild! Da kannst du dein Profilbild, und dann... Kriegst du nochmal'n Huni, oder krieg' ich nochmal'n Huni! Wo ändere ich mein Bild hier? Du bist ja ein neues aus dem Ring über deiner Sammlungseite aus! Hä? Okay? Digga, ich bin hier... Ich bin hier auf dem Sammlermodal! Ah, aber... Ich sammle hier aus Cash, ich schalte jetzt noch einen neuen Charakter frei! Nein, jetzt gibt's keine mehr! Ach mann, okay... Okay, wir müssen danach'n Re-Match akzeptieren! Bist du bereit? Ja, warte, ich höre mal ganz, das geht! Ja, ja, kein Problem! Ich höre mal was zu trinken, Rantessen! Oh, so müssen! Jo, wir sind schon drin! Oh! Tom & Jerry und Steve Universe! Stufe 3 Tom & Jerry! Ja, los geht's! Oh! Taktik Angels! Okay, äh... Bisschen anstrengend, dass das halt ins den reinsteuern, ne? Wir müssen uns halt gewöhnen! Aber die Serval laufen wirklich besser! Ja, auch meiniges! Krank! Und das war in der Open Beta und das andere Spiel kostet 50 Euro! Oh Gott, ich hab so Angst vor Tom & Jerry, ne? Was passiert hier?! Oh Gott, das Toys ist offen! Oh Gott, das Toys ist offen! Oh Gott! Oh Gott, das Toys ist offen! range oder long range attacks dabei sind nein hat der rakete auf cherry gebunden wir schlagen uns besser als erwartet oder wollte ich fast genannt die mappe ist aber richtig jetzt ja 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 das ist noch lebe ich habe noch keine ahnung von der steuerung ok ich habe richtig aufs maul krass ja 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 Einfach beide! Was ein Win! Quasa Walrus und Lama Wolf! Wie du hast die zwei... Wie hast du... Wie... Wie... Ich habe am Anfang ein Double Kill gemacht. Mach mal... Re... Rematch. Tom und Jerry... Nein, wir sind dabei. Warum hast du jetzt die drei Abwehrgeräte bekommen? Weil ich am Anfang einen Bubble Kill gemacht habe und am Ende einen. Ich habe die am Anfang beide gekillt. Ich habe die doch auf einmal auch nicht gerufen. Doch die... Nein. Meine Win! Na komm, machen wir nochmal. Never change the running system. Jo. Let's all fight fair and this should be fun. Oh, die sind auch dieselben Meinung. Ich habe keine Vorteile? Interessant, aber ich habe schon... Himmels Arena Plattform. Uh, okay. Ich mag's wie viel größer du als alle anderen bist. Hahahaha. 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 Sorry. So übe aus Grund. Einfach doppelt so groß, Digga. Krank. Zwei Gewinnensätze. Ja. Kombo, 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 Kombo. Ah nein! Nein! Dieben Universe! Was? Pass auf, denn die Falle! Ich will in die Falle rein! It's a trap! Ja. Ich hab' ja. Hi. Uh, ja. 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 Uh! Wow, was hab ich denn getan? Nein, fuck, da bin ich drauf eingefangen. Die hole ich mit, die hole ich mit. Oh Gott. Ich treffe nicht. Jawoll. Jawoll. Der steht in der Falle drin. Ich hab die nicht gesehen. Okay, Superman ist einfach so ein anders geiler Charakter. Allein, weil der halt so eine Kombi raushauen kann. Ich hab das mit dem neutral Angriff noch nicht raus. Das ist schlecht. Jawoll. Lass ich die verprügeln, wir müssen die leider verprügeln. Oh mein Gott, der ist gegen das Schild geflogen. Jawoll. 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 Der sind wir gut. Yeah. Das bockt mal an, dass dieses Game. Wuuu. Nice work, everyone. Was? Was hat man dir gesagt? Du hast 3 Karos gemacht. Du hast 3 Karos gemacht. Wuuu. Nice work, everyone. Du kannst mir mal Standing Ovations geben, dass du ein Headtrick gemacht hast. Kein Headtrick, aber du hast alles gemacht. Ja. Ja. Ich hab 5 Toros zu 3 Box Sprung gehalten. Nice. Ich hab bloß 146 Euro gemacht. Was soll das? Same. Ich will mein Charakter kaufen, wo 3.000 kostet, ne? Zweigeschaltet, neue Belohnung. 5 Toros. 5 Toros. Unterstützung durch die Speed Force. Aber es bockt richtig, ne? Das ist ja echt so. So, wo steht die heutige Mission? Oder? Äh. Bestimmt. Sind sie doch nicht. Sind sie doch nicht. Die sind ja auch grad nicht. Da haben wir heute schon zu viel gemacht. Ne, ich weiß, dass ich noch eine übrig habe. Spiele 5 Matches. Wüsste ein neues aus dem... ...über deine Sammlung sei das, was? Ja, äh. Bei der Sammlung gibt's unten das aus dem Ring. Ja, wo hast du die jetzt gefunden? Ja, die kam mir jetzt was zu holen, ne runtergegangen bist. Hä? Äh. Okay, cool. Wir müssen das nicht. Was ist das nun? Ne, hol's. Spiele 5 Matches. Wir müssen doch drei Dinge spielen. Aber... Ja, let's go. Nächste Folge. Ich würde sagen, das war uns für die Folge. Wir haben uns nicht eingelassen. Oder wenn sie nicht gefahren hat. Ich habe jetzt gerade mit mir vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.